Liebe Freunde und Landwirtschaftskollegen auf Wopodo.de, hier ist wieder euer Bauer Kohl bei herrlichem Regenwetter. Ich weiß nicht, wie es in eurer Region ist, aber bei uns war dieses Jahr Regen zu wenig, viel zu wenig. Und deshalb freue ich mich, weil unter dem geringen Regen, da hat ja auch die Heuproduktion gelitten. Und die Heuproduktion leidet auch, wenn du nicht vernünftig ausgestattet bist. Hier können wir jetzt mal für dich eine kleine Prüfung machen. Kannst du schnell unterscheiden zwischen einem Schwader und einem Kombinationsgerät, Schwader und Wände, so rumdrehen, Schwaden, so rumdrehen, Wänden oder andersrum. Und wenn du dich auskennst mit der Heumacherei und du so eine Leidenschaft hast wie ich, dann ist es für dich ganz einfach zu erkennen, hier schon wieder nächstes Produkt anderer Hersteller, aber selbe Interpretseite, wo du das kriegst. Weil ohne Schwader, ohne Wände kriegst du das Heu nicht vernünftig rein. Also, wenn du das brauchst und hör auf mit den alten Scheiß, wo du immer dann, wenn du es brauchst, nur an Reparieren bist, können wir was Vernünftiges, dann macht die kleine Landwirtschaft doch viel mehr Spaß. Wenn du Fragen hast, schreibst du uns eine Amalie, du rufst sie an, wir helfen dir gerne weiter. Und wenn es das nächste Mal regnet und du hast bestellt, dann packe ich deine Sachen ein und schicke sie dir zu. Dafür bin ich ja bekannt als Bauercall von Wupodo.de Und wenn du dich auskennst mit dem Schiff, dann mach ich das.